Ciao zusammen und herzlich willkommen, ich bin Lohi... Scheiße! Ciao zusammen und herzlich willkommen auf LuziTV. Ey, Jonas, du bist gerade auf meinem Kanal, auf meinem Video, was machst du gerade? Ah, das ist deiner? Ja, das ist mein Video. Ich dachte, das wäre für meinen... Nein, 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 das ist unser Video. Machen wir jetzt zusammen. Okay. Jo, meine Freunde, herzlich willkommen zurück auf LuziTV. Schön seid ihr wieder mit dabei. Heute sind wir im neuen Jahr gestartet, 2018. Ich übernehme jetzt ja das Schweizerdeutsche auf meinem Kanal und das ist schon mal ein sehr schöner Übergang mit Jonas zusammen. Herzlich willkommen, schön bist du mit dabei. Ja, schön bin ich mit dabei. Wir haben jetzt zusammen vor etwa einem halben Jahr in der Schweiz die Schweizerdeutsche-Challenge gedreht. Schon mir ganz gut. Oh, das war jetzt weniger gut. Yes. Hast du viel gelernt? Ja, alles. Hast du gerade das andere gemerkt? Ja, das ist super. Das war jetzt fast fließend. Es waren etwa nach so 20 Versuchen. Hast du eigentlich geklappt? Ja, ja, endlich. Genau. Sehr gut. Ihr habt mir Kommentare geschrieben auf Instagram, was Jonas dann genau lernen soll. Ich habe hier alle mit dabei. Es sind insgesamt vier Stück. Und die wirst du jetzt gleich mal vorlesen. Also ich muss wieder erraten, ne? Erraten, was es ist. Genau. Okay. Du liest es vor und versuchst es zu erraten. Okay. Okay. Wir starten basic, wird dann am Schluss ein bisschen schwerer. Mhm. Und damit nochmal ciao zusammen. Okay, Jonas. Erster Satz. Oh Gott, ich habe mich erschreckt. Das ist ja richtig herzig. Oh mein Gott. Der Schweiz ist Hure geil. Hure. Hure geil. Sag nochmal. Okay nochmal. Der Schweiz ist Hure geil. Gut ausgesprochen. Der Schweiz ist Hure geil. Jetzt versucht man das. Der ist Hure. Wir machen denn Hure. Also wenn ich das jetzt ganz, ich sag mal ganz simpel übersetzt, müsste ich sagen, die Schweiz ist Hure geil. Aber das muss ja nicht sein. Wahrscheinlich steht das für sowas wie super geil. Okay, ich komme zur Auflösung. Das letzte war richtig. Es ist super geil. Das Geile ist, da müssen die Deutschen immer wieder lachen, wenn ich das sage. Hure. Also wir sagen Schweiz ist Hure geil. Und Hura, das ist die Bedeutung bei uns so richtig geil. Weißt du, so super. Okay, krass. Und deswegen, ich wusste genau, du wirst drauf reinfallen, dass du jetzt an Hure denkst. Ja, ja. Also das war eine sehr, sehr gute Idee. Okay, kommen wir zum zweiten Satz. A few moments later. Alter. Käschmude Köder Schöbelehrer. Oh? Käschmude... Also Holländes sind wir nicht. Ich wollte nur sagen. Ich dachte ganz Holländes. Käschmude Köder Schöbelehrer. Köder Schöbelehrer. Ja, das braucht noch ein bisschen über. Käschmude Schödebührer. Okay, warte, warte. Aber lass uns übersetzen, okay? Okay. Also das Einzige, woran ich mich gerade schwert höre, ist Köder Schöbe. Deswegen wusste ich jetzt auch noch, aber Käschmudelehrer heißt, kannst du den hmhm lehren? Ja. Und ich sage auch, Käschmude ist, ähm... Vielleicht Staubsauger? Nein. Okay, warte. Aschenbecher. Okay, Mülltonne. Na, Briefkasten. Nein. Na, Briefkasten würde Sinn machen. So, das wäre immer schlimmer. Also Mülltonne ist schon so in die Richtung, aber... Äh, die Papierkorb. Ja, richtig. Ah, okay. Genau. Alter, guck mal, wer denkt sich so ein Wort? Köder Schöbe, Alter. Es ist schon richtig. Köder Schöbe. Köder Schöbe. Köder Schöbe. Köder Schöbe. Köder Schöbe. Das ist ja richtig heftig. Ja, es ist schwer zum Aussprechen. Das ist okay, ja. Tschüss. Aber du konntest es so einigermaßen übersetzen. Ja. Dritter Satz. Ah. Hoi, Jonas. Findest du Ort, dass am Loris die in den Videos super sind? Weltklasse. Was? Weltklasse. Ist klar, diesen Satz den muss man auch gut übersetzen. Den muss man gut können. Seine Videos sind super. Und was heißt es übersetzen? Also, hallo Jonas oder hi Jonas. Findest du auch, dass Loris Videos, also Loris sein, aber Loris Videos super sind? Richtig. Ja. Hier ist es mal. Wie sagen wir nochmal? Die sind Huresub... Ne. Huregurte. 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 Perfekt. Schon umgesetzt. Loris, du bist einfach Huregeil, muss ich sagen. Huregeil. Danke. Gerne. Das ist so geil, wenn man das auf Deutsch übersetzt Hurengal. Hurengal. Okay, jetzt kommen wir zum vierten Satz. Er ist ein bisschen länger, aber er ist wirklich schön geschrieben. Okay. Er ist auch Hurengal. Er ist richtig Hurengal. Okay, ja. Okay. Also es ist ja... Oha. Ja. Das fängt schon mal gut an. Also Jonas, du bist der Hammer und so mega hübsch ich... Das war richtig? Das war richtig. Okay. Hanni... Hanni fragt dich. Ja, das ist dann an mich gerichtet. Okay. Ja, aber probiert trotzdem mal. Ähm... Haschmo... 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 Haschmo das Fantreffen in Zürich mache. Gut ausgesprochen. Kannst du mal ein Fantreffen in Zürich machen? Richtig! Wuuu! Weltklasse! Ich mach morgen früh so auf und kann nur nur aus dem Schweizerdeutsch reden. Ja. 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 Du träumst vom Schweizerdeutsch hundprozentig. Aber ich muss sagen, Jonas, es war definitiv besser als Teil 1. Ja? Ja. Echt. Man lernt ja auch ein bisschen dazu. Und es ist ja auch... Du hast auch heimisch gelernt. Gibt's zu. Also, Ulrich redet auch sehr viel im Schlaf. Wir schlafen direkt nebeneinander und da redet er mich nachts natürlich komplett voll mit seiner... seiner komischen Sprache. Apropos nebeneinander schlafen. Wir haben Dennis rausgeschickt und jetzt schlappen. Ja. Wir sind jetzt... Genau. Ja. Viel Grüße auch am Ulrich. Das ist schön, dass wir jetzt dran. Und lieber Chris an Dennis. Das ist gehandelt, ne? Ja, Jonas, vielen Dank fürs Mitmachen. Das war schon die Schweizerdeutsch Challenge. Und auch an euch vielen Dank für die Nachrichten, dass ihr mir die zugeschickt habt. Und lasst doch mal einen Daumen hoch und schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch mehr von Jonas wissen wollt. Wollt über Schweizerdeutsch. Vielleicht soll ich mal ein Deutsch-Challenge machen. Was soll ich nicht sagen? Ja, mal ein Deutsch-Challenge. Mal ein bisschen Deutsch lernen. Und ja, dann freu ich mich, wenn ihr nächsten Samstag wieder mit dabei seid. Schaut jetzt bei Jonas vorbei, weil ihm kommt jetzt auch ein Video, wo es darum geht. Äh, wie Jungs sind, wenn sie verliebt sind. Ja, Mann. Sehr wichtig. Dann sehen wir uns nächsten Samstag. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.